23. Juli 2019 23. Juli 2019 Wir sind hier im Waldhorst im Supermarkt Wir entdecken uns hier ein Wir haben uns eingedeckt für zwei Wochen in Alaska Wir haben uns hier ein 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 25. Juli 2019 Wir sind jetzt auf dem Weg nach Dorsen City Und mittlerweile nicht mehr zu zweit Im Hintergrund zu sehen ist die Yvonne aus Berlin Und Colette From Quebec That's why we are talking in English Sometimes in French But In German In German Ja Und sind jetzt hier mitten in der Natur Cheers Salut Salut Auch Nicht nur Wir sind some Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind I got your light inside of me Oh, I see Oh, I see Once we are born We begin to forget 23. Juni 2019 Wir sind jetzt fast in Fairbanks Und man glaubt es nicht, es ist heiß Heute haben wir jetzt 33 Grad in Alaska Und wir sind gerade in Nordpol Nordpol 29. Juni 2019 Und wir sind hier im Denali Nationalpark Alaska Glasper You took me by the hand I thought that I was leading you But it was you who made me your man My You are